Pochettino aus in London, ist der Weg für Tuchel zu Chelsea nun frei? Auch Maurice Pochettino musste am Dienstag seine Karriere beenden und trat damit in die Fußstapfen von Thomas Tuchel und Graham Potter. Die Zahl der Trainer des Chelsea FC nimmt weiter ab. Nach nur einem Jahr war die Zeit des Argentiniers in London vorbei. Die Blues sind auf der Suche nach einem Ersatz und scheinen drei deutsche Trainer im Visier zu haben. Die Manager von Chelsea FC wollten tatsächlich mit Maurice Pochettino eine neue Ära des Erfolgs beginnen. Doch wie so oft im Fußball kam es anders als erwartet. Am Dienstagabend gab der Premier League Club bekannt, dass sich die beiden Mannschaften auf eine Trennung geeinigt hätten. Für den Argentinier endete dies bereits ein Jahr nach seiner Ernennung in London. Das bedeutet, dass der kriselnde Londoner Verein erneut mit der Suche nach einem Trainer beginnen muss, aber es scheint, dass er bereits gut darauf vorbereitet ist. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist die Liste möglicher Nachfolger sehr lang. Laut Bild dürfte Hanseflick für den Engländer zumindest ein Problem darstellen. Vielleicht wartet der ehemalige Nationaltrainer aber noch auf einen Wechsel zum FC Barcelona. Dort wäre er der Spitzenkandidat für die Nachfolge von Xavi, sollte dieser entlassen werden. Der Telegraf hat außerdem Michel, FC Girona, Kieran McKenna, Ipswichdaun, Enzo Mariska, Leicester City und Sebastian Höhne vom VfB Stuttgart zu Chelsea berufen. Der Stuttgarter Trainer hatte mit den Schwaben gerade die Vizemeisterschaft gefeiert und kürzlich seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Er kündigte außerdem an, dass er auch in der kommenden Saisons VfB-Trainer bleiben werde, während der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Trainer sei. Die wahrscheinlichste Option wäre jedoch die Rückkehr von Thomas Tuchel, der bis September 2021 Chelsea-Trainer war und mit den Blues die Champions League gewann. Laut Sky gab es bereits Kontakt zwischen dem Verein und dem Manager. Der 50-Jährige soll an einer Rückkehr interessiert sein und darauf gewartet haben, dass Pochettino geht. Allerdings bleibt die Frage offen, ob Tuchels Manager Todd Bailey, mit dem Tuchel vor der Trennung eine Meinungsverschiedenheit gehabt haben soll, auch Interesse an einer Rückkehr des kürzlich entlassenen FC Bayern-Managers hat.